Fahrt durch Hermagor und Radnig Hauptstraße durch die Altstadt von Hermagor Linksabzweigen nach der Gösseringbrücke Rätnig 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 Linksabzweigen und der Felle entlang Rätnig 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 Hier beginnt die Schotterstraße auf die Radniger Alm. Fahrt entlang der Fäller. Die Schotterstraße auf die Radniger Alm. Applaus Applaus Steinbrechgrabenquerung Applaus 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 Aus dem Felsen gesprengte Straße. Vielen Dank. 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 Die Möschachalm. Gleich nach dem letzten Haus gebe es links den Einstieg zu den Trill zur Oberfellacher Alm. Bei zwei Holzstämmen gibt es einen weiteren Zugang zum Trail. Es gibt aber auch einen wunderschönen Weg rund um den Möschachalm. Die Möschachalm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Abfahrt zur Ruine Kühnburg. Vielen Dank. Vielen Dank. Abfahrt in den Tresengraben. Vielen Dank. Vielen Dank. Der besteigbare Turm bietet eine schöne Aussicht. Vielen Dank.